Samstag, der 29. April 2017. Keep It präsentiert heute das Spitzenspiel in der Kreisliga A, Sächsische Schweiz, Ost-Erzgebirge. Keep It ist ein junges Unternehmen aus dem Rahmen München, welches speziell Produkte für Fußball-Torhüter entwickelt und herstellt. Hier im Stadion am Burgwarzberg stehen sich der Erste und der Zweite der aktuellen Tabelle gegenüber. Der Gastgeber, die zweite Mannschaft vom Vf Blau-Weiß, Stahl Freital, geht aktuell auf den zweiten Platz der Tabelle. Die Gastmannschaft der LSV Gurgnitz ist der Spitzenreiber und hat zurzeit 10 Punkte Vorsprung gegenüber dem heutigen Gegner. Mitrüstung Luca Mühle, SG Motor-Wildbruch, Assistent 1, Döhmann Merkel, mit Assistent 2, Täter Schiffke, bei der SSV Deutschland-Saxe. Erechtet! Echt, Echt? ث걸, Jungs! Echt, Echt! Echt! Echt Mushlandschule? Echt? Echt, Echt? Echt? Echt, Echt, Echt? Echt! Echt, Echt? Echt, Ehan Lindbergh, Echt? Echt, Echt? Echt, Echt? Echt, 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 E-Echt! Echt, Echt, Echt! Echt Lokal бы Lipman! Echt, Echt CoşalBand! Echt Kohte 99, Echt so alltså! ARD Text im Auftrag von Funk Komm´! Komm´! Die war´s mal! Die talk ist nicht los. Komm´, komm´, komm´! Ja, gut so. Die Hilfe ist – komm´, komm´! Geh´, Jan´! Jan! Rebe! Geh! 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 Los jetzt! Komm, wir sind da jetzt! Los, los, los! Los, 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 los! Los, 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 los! Oh, nee! Schade! Schade! Scheiße! Schade! 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 Und hier, dann geht es in der Nähe von der Kampagne. Und jetzt geht es auch los. Tief! Hey, die Lekt! Oh, du kommst, du kommst! Die Lektion, du kommst! Körbner! 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 Kiefe! Die Fortschritte Jan Helfen! Ja! Voller Spielstand. Zweite Lösung für Freitag. Du bist nicht verbündet. Du bist nicht verbündet. Mann über Bord. Und wieder sortieren und Ruhe reinbringen! Ruhe rein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020